Hallo, mein Name ist Sarah. Mein Name ist Raphael und zusammen sind wir die Gründer von Maifeld, den weltweit ersten Online-Bauernhof mit Heimlieferung. Du hast schon einmal davon geträumt, online deinen eigenen Bauernhof managen zu können und dies bequem von der Couch aus, deinen eigenen Gemüsegarten zu bewirtschaften oder deiner Kuh auf der Weide zuzuschauen. Genau das haben Sarah und ich 2020 in die Realität umgesetzt. 2021 sind wir mit 180 zahlenden Kunden mit einer Beta-Version auf den Markt gegangen. Letztes Jahr waren wir in der Sendung Die Höhle der Löwen Schweiz und haben da einen Deal mit zwei bekannten Löwen geschlossen. Aber nun zum Anfang. Weshalb genau haben wir Maifeld gegründet? Die Ressourcenverschwendung im Bereich Lebensmittel ist leider nach wie vor extrem gross. Der Markt wird dominiert von langen Transportwegen, Foodways und standardisierten Produkten. Schauen wir uns das Ganze am Beispiel des Gemüses an. Wusstest du, dass etwa 60% vom ganzen Gemüse, das ausgepflanzt wird, nie beim Endkonsumenten ankommt und etwa die Hälfte davon sogar nicht einmal das Feld verlässt und einfach zurückgelassen wird. Und das aus dem einfachen Grund, weil es nicht den Standardgrössen des Supermarktes entspricht. Des Weiteren haben sich die Handelsmöglichkeiten für die Bauern extrem verschlechtert. Sie sind abhängig von Tagespreisen für ihre Produkte, weswegen sie oftmals auf ihrer Ernte sitzen bleiben. Und zuletzt nicht zu vergessen die langen Transportwege. Aufgrund der hart umkämpften Preise wird vieles des Gemüses aus dem Ausland importiert, was zu langen internationalen Reisewegen führt. Verrückt, oder? Wir glauben, das geht nachhaltiger und besser. Und genau aus diesem Grund haben wir Meifeld gegründet. Einerseits möchten wir es jedem Verbraucher möglich machen, seine eigenen Produkte direkt beim Bauern beziehen zu können. Andererseits bieten wir den Bauern eine planbare und garantierte Produktion und Verkauf seiner Produkte. Und nicht zuletzt möchten wir der Natur etwas Gutes tun, indem wir die Saisonalitäten der Produkte berücksichtigen und unsere heimische Landwirtschaft fördern. Also eine Win-Win-Win-Situation für alle. Aber wie genau machen wir das? Auf unserer Plattform kaufst du dir bequem deine Wunschprodukte im Abo-Modell und kannst sie auf spielerische Art und Weise konfigurieren. Nehmen wir als Beispiel Obst und Gemüsegarten. Du legst dir deinen eigenen 8 oder 16 Quadratmeter Gemüsegarten an und bestückst diesen ganz nach deinem Belieben mit Gemüse, Früchten oder Kräutern. Deine Konfiguration wird dann unseren Partnerbauern übermittelt und diese pflanzen deine Wünsche auf dem Feld an und pflegen sie bis zur Ernte. Danach wird dein Gemüse geerntet und innerhalb von einem Tag vom Feld direkt mit der Post zu dir nach Hause gesendet. Frischer ist kaum möglich und das Beste, in der Zwischenzeit kannst du bei all diesen Schritten per Webcam zusehen und es kostet dich nicht mehr als im Supermarkt. Cool, oder? Auch unsere bestehenden Investoren sind begeistert von unserem nachhaltigen Konzept und Wachstum. Ich investiere in Maifeld, weil mich das Konzept moderne Webtechnologie mit traditioneller Landwirtschaft zu verknüpfen überzeugt. Besonders mag ich dabei, wie Maifeld das Nützliche mit dem Spielerischen verbindet. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette wird sorgsam darauf geachtet, dass Emissionen nicht entstehen oder reduziert werden. Das Projekt ist durch und durch nachhaltig. Das Konzept des ganzheitlich digitalen Bauernhofs funktioniert und etwas ähnliches gibt es auf der ganzen Welt noch nicht. Im letzten Jahr konnten wir unsere Abonnentenzahlen verdreifachen und aktuell stehen da knapp 1000 Kunden. Und diese Erfolgsstory möchten wir nun weiterführen. Unser Ziel ist es, dass du alle Farmprodukte direkt ab Hof beziehen kannst. Und dafür arbeiten wir mit Hochdruck an der Weiterentwicklung unserer Plattform und den Produktsitz. So kannst du künftig auch deine eigenen Eier von deinem eigenen Huhn direkt beziehen. Und Ende Jahr werden wir den deutschen Markt erobern. Damit wir nun in derselben Geschwindigkeit wie bis anhin weiter wachsen können und den stetig wachsenden Online-Lebensmittelmarkt weiterhin penetrieren können, brauchen wir deine Unterstützung. Lass uns gemeinsam unsere nachhaltige und innovative Geschäftsidee weiterentwickeln und somit unserer heimischen Landwirtschaft und unserer Natur etwas Gutes tun. Vielen Dank für deine Unterstützung! Bis zum nächsten Mal!